Sie sehen rot? Gut so. Auf rot geht's los mit dem Red Button Ihrer Smart-TV-Fernbedienung. Auf der Startleiste wählen Sie direkt Ihre Lieblingssendung. Oder entdecken Sie mit einem weiteren Knopfdruck das Programmangebot in der Phoenix Mediathek. Unvergessene Szenen. Herr Bundeskanzler. Dokus. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Gespräche. Menschen mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen. Und natürlich aktuelle Live-Ereignisse. Mittlerweile ist es hier in Berlin im Stadtzentrum wieder etwas ruhiger geworden. Immer bereit. Zu Ihrer Zeit. Der Red Button. Für die ganze Welt der Phoenix Mediathek.